so jawoll da ist der mark von gestern hat er doch sehr viel bock gemacht ich korrigiere oft meine meinung wobei ich habe gesagt dass er ja doch ich habe gesagt dass er nicht ganz gut ist was haben wir gemacht 26 august 1. in düsseldorf top 10 nochmal bezahlen endlich mal und auch in der welt 92 boah ich habe noch mal zehn plätze verloren ich habe vorhin gespielt den letzten minuten in den letzten minuten noch zehn plätze zehn plätze verloren da sieht man mal wie viele leute das dann noch handen und jetzt der übrigens 28 612 das sieht man wieder nicht ist egal nächster track körper könnte gut sein schau mal rein ich hau ich hau direkt die ich ich hänge direkt die autorummedaille hinten ran auf geht's warum habe ich denn jetzt so einen slowdown kassiert der kurve die schaffe ich noch nicht ganz so gut sollte jetzt aber reichen für die autorummedaille ja wohl 47 57 sehr geiler track muss ich sagen gefällt mir ich habe sehr lange gebraucht 40 fast 40 minuten weil für sowas weil er ja auch relativ lang ist so von der von der scenery und so mit dem purple das finde ich cool mit dem mit dem dingen star der wird auf jeden fall gehandelt wird auf jeden fall gehandelt ja freue ich mich drauf und da geht ja noch einiges einiges